Da ich als Jungingenieur schon an Baureihenerweiterungen der Pägin-Klassik-Baureihe beteiligt war und dann aber von Beginn an an der Pägin-Bus-Baureihe, betrachte ich den Pägin-Bus schon ein Stück weit als mein Kind. Mein Name ist Ralf Winkler. Ich bin seit über 26 Jahren Teil der Schunk-Familie und für die mechanische Entwicklung Greifsysteme zuständig. Bereits bei meinem ersten Projekt kam ich im Jahr 1995 in Kontakt mit der Pägin-Familie. Spätestens mit der Pägin-Klassik wurde Schunk zum Marktführer im Bereich der Greiftechnik. Aufgrund des großen Markterfolgs und der Anfragen nach weiteren Produkten wurde die Baureihe sukzessiv nach oben, nach unten, um weitere Versionen und um passendes Zubehör zu einem umfangreichen Baukasten erweitert. Dies motivierte uns, technisch noch einen draufzusetzen und den Pägin-Bus zu entwickeln. Letztendlich sind wir dann auf die Vielzahlenführung gekommen, da wir diese höhere Antriebskraft dann auch in der Kinematik umsetzen und in der Führung aufnehmen mussten. Im direkten Vergleich hat sich der Pioniergeist durchgesetzt. Allerdings auch nur aufgrund der Entscheidung von Heinz-Dieter Schunk, der mit seinem Weitblick das beste Produkt forderte und nicht einfach nur eine in Anführungszeichen einfache Optimierung. Mit dem leistungsdichten Pägin-Plus konnten wir 2001 eine Baureihe mit hoher Variantenvielfalt und passendem Zubehör auf den Markt bringen, die über eineinhalb Jahrzehnte den Markt dominierte wie kein anderer Greifer jemals zuvor. Im Laufe der Jahre wurden diverse Wettbewerbsprodukte direkt gegen den Pägin-Plus entwickelt. Aber sie konnten nicht das Gesamtpaket des Pägin-Plus mit seiner Leistungsdichte, seiner Robustheit, Lebensdauer und Variantenvielfalt nicht erreichen. Und der Markt selbst gab immer wieder die Antwort zugunsten des Pägin-Plus. Nach 15 Jahren war es dann aber doch nach der Zeit, das Produkt nochmals weiterzuentwickeln. Dies stellt eine große Herausforderung dar, da das Level des Pägin-Plus nur schwer zu toppen war. Dennoch konnten wir an einzelnen Punkten noch einiges herauskitzeln. An diesem Muster sieht man den Unterschied zwischen der Pägin-Plus-Führung und der Pägin-Plus-P-Führung. Hier wird deutlich, wie viel breiter und robuster die Zähne bei dem Pägin-Plus-P doch noch geworden sind. Weiterhin haben wir noch eine passive Permanentschmiertasche integriert, in der wir es geschafft haben, den Greifer als lebenslang wartungsfrei an den Markt zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017